Ein Hallo und Willkommen zu Wolineshowwalks. Es geht weiter mit Lost in Random. Okay. Wir reden jetzt mit ihr, Verrückte. Auf geht's. Ich weiß nicht viel, aber... Entschuldigung, was hast du gesagt? Oh, mit den Kindern. Die drei Kinder. Sie... 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 Sieg... Sieg ein bisschen. Hm? Nein! Nein, ich war da, um ihn zu schützen. Ich war sein Körper, und er wurde verraten. Wir wurden verraten. Er wurde verraten, von jemandem... ... die nicht supposed zu sein sein. Ich bin sorry, ich... Es war so schade, so... Ich bin sorry, ich verraten, was wir sprachen. Hallo? Ich weiß dich? Hm? Ich bin sorry. Ich bin afraid... Ich bin afraid, dass diese Tage, ich nicht so gut erinnern, wie ich es war. Ich habe Moments, in denen ich so clearly sehe, und dann... Oof. Aber es gibt Zeiten, in denen ein Objekt mich erinnert, ... 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 Das könnte alles wiederholen. Kannst du diese Objekte für mich finden? Ein für jeden Triplett. Das könnte alles wiederholen. Oh! Und wenn du die Mörder gefunden hast, die den König hat, dann kann ich das auch erinnern. Ich bin sicher. Entschuldigung. Was? Was waren wir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Plattform hat mich daran erinnern. Ich soll mich sagen, dass ich die Reise über etwas... Ich soll mich sagen, etwas sehr... sehr wichtiges. Oh, naja. Es ist wahrscheinlich gut. Wir sollten alle aufhören. Die ist aber wirklich durch den Wind. Jetzt kaufen wir uns die Karte hier. Wunderbar. Die machen wir auch gleich in unser Deck rein. Ähm... Glückliches Händchen haben wir drei. Die brauchen wir nicht. Obwohl, glückliches Händchen können wir eins reinmachen. Wo ist es denn? Ah, da haben wir drei drin. Okay, okay, okay. Dreierschwert. Das passt. Kristallflur ist okay. Gesundheit. Segen des Würfelspielers müssen wir noch einmal reinmachen. Dann kostet das alles weniger. Die kritische. Das können wir rausmachen. Bombe lasse ich mal drin. Die haben wir zweimal. Jopp, der Schottenmann. Den machen wir auch zweimal rein. Und dann machen wir das noch einmal raus. Und lassen wir das ganze Deck so wie es ist. Und... Drei gewürfelt. Und übelst ein Punch. Hmm. Hmm. Hmm... Und jetzt fühlte ich sogar plötzlich, als ob sie die Welt auf ihren Schultern hatte. Könnte sie das Mysterium des Königsmörder zu lösen? Schwerderbrücken, Marktplatz, okay. Dann haben wir noch eine Questie. Schützentragen. Oder, natürlich. Wenn du so gut bist, dann wäre es kein Problem, nicht zu spüren mit dem Welt. Literally. Jeden Tag, ich schaue die Kriege und komme mit den größten Stratagems für den nächsten Tag. Die einzige Sache, die ich nicht erwähnen kann, sind die Rollen der Könige's Dark Dice. Aber alles andere, ich weiß. Observen, meine Frau. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich habe das Wort gesagt. Jetzt habe ich Ihnen einen Beispiel. Hier, ein Beispiel. Jeder Tag die Dice rollen und jeder Tag, einen der Kolosser bewegt. Jeder hat sich nicht. Aber was jeder hat sich nicht so verletzt, ist wie der Kolosser gewonnen hat, Hmm. Hmm. Wenn du sie kennst, komm zurück hier und sie zu mir beschreiben. Sie werden es für dich gewonnen. So. Triff die Baroness. Triff den Herzog. Triff den Grafen. Triff den Herzog. Ja, ich bleibe erstmal hier. Ich will dir noch ein bisschen nachschauen bevor wir weiter gehen. Ähm Wir haben hier nämlich noch einen Weg, den wir gehen können Was geht hier ab? Wow Stell ich mal drauf, Dicey So, das ist das gemachtes Baron Wait Jetzt I love that guy You don't, he's great There's definitely no downsides to the man Everything he does is so grounded and normal It's super normal to go even crazier Because your imaginary friend Shmoo is missing It's the Count's friend That has recently gone missing But any political leader Would completely lose their mind about that It's normal, he's normal, I'm normal We're normal Okay, I gotta go If we talk too long, someone might think we're conspiring against him Which again, it's great Can't wait until the queen rolls her dice And it's our time to fight and maybe die for him again It's so great and normal What are we doing here? Oh Come with you Otherwise, it's just a garbage Let's take a look at the card Let's take a look at the card Ah, the guard Schützengraben Gebietesgraben Gebietesgraben So, what have we here? Have we here something we could use? Seht aber nicht so aus Jetzt müssen wir kämpfen Uiuiui So, gib mir mal bitte ein volles Splat Danke dafür Ne 1, wunderbar Richtig schlecht gewürfend Okay, okay Jetzt würde ich mir eine 3 oder sowas wünschen Und dann bekomme ich sie Wir machen dann erstmal alle card billiger Ja, Susanne Oh 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 Ähm, komplett unwidig, dass ich das gerade gemacht habe, aber drauf mit dir. So. Nächster Wolf. Ah, sehr schöne drei. Was haben wir denn da? Ich kann eine Bombe und einen Schwert machen. Das war's für dich. So, wie kommen wir hier weiter? Das ist die Frage. Hm, muss ich hier wirklich erst alle wegmachen. So, das kostet mich jetzt nix. So, das kostet mich jetzt. Oh, das ist ein bisschen... Ich komm nicht an die Vögel dran. So, guck mal her. Jetzt mache ich dir nämlich Schaden. Du bist auch nur gleichzeitig vergiftet. Okay, da ist sie, ich stelle nicht mehr da drauf. Wir haben den Dreier. Wir können hier alles J spielen. Wir können hier hin. Wir können hier hin. Wir können hier hin. Wir können hier hin. Das war ganz schön weit weg. So, das war es aber jetzt für euch alle. Wunderbar. 100. Äh. Hm. Jaquius, you're being kind because you want me to let my guard down and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it. In stories that may or may not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What's wrong? Everything! My bodyguard is dead. The war goes poorly and then well and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep since he was taken. Do this for me, and I shall give you something? Hm? How do you like that? Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child! Nishka? Hm, how do you like that, Nishka? She was the whole family's bodyguard. She was great. Oh, so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course, obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Hm-hm. Well, good. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... Um... Hmm, well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. What? It's yours if you recover shmoo for me. Deal? Okay. The count was an odd duck. And a paranoid duck too, come to think of it. But even was now one step closer to triggering Nishkes memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. I'm just a bit paranoid. A little bit. So, then we'll talk about the aunt. Kann das vielleicht die Tante sein, die, äh, den, äh, getötet hat? Wer weiß auch immer. That's just logical of him. Thank you. The more I know about him, the more I can build an accurate predictive model of his behavior. Terrific! So, wo geht's hier runter? Äh, Gebiet des Herzogs. Wo wollen wir mal da hin? Geh mal rein, bitte. Und bring mir was Schönes mit. Hm, scheint wahrscheinlich immer so 50 zu geben. Was immer geht, ist der Weg, was du erwartet, oder? All die Wim. Hey, Kind. Willst du eine Geschichte hören? Oh, Gott. You're showing an old soldier kindness, kid. There's a saying in Freetown. Bad luck comes in threes. Well, it was right. I was there in the first battle, the first time the triplets fought, right after the king died, it was savage. The triplets, what? I didn't hold anything back, it was as fierce and as destructive as the Dicemaker's own fury, and when it was over, well, that's just it, isn't it? We've never ended. We're still fighting those same battles every day. Me, I'm just about out of fight. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Okay, now we have to find his brother. Find his brother. We'll find his brother. Okay. 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 Ich finde der Henry, Tatwaffe, brauche die Barons, ganz schön viele Quests. Der Helmut gerecht. So, dann wollen wir mal schauen, wir haben hier ein bisschen Geld zusammengetragen, eine Spielleiterfigur brauchen wir die wirklich, wir kaufen uns die hier, hindere nach Zufallsprinzip, das Kosten der Karten. Der Kristall hat einen höheren Wert, erhöhe die Geschwindigkeit, wie die Karten gezogen wird. Das kann durchaus hilfreich sein und dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Wir machen das hier und ziehen eine Waffe. Oh, neue Karten. Das hier, die Viererlanse. Der Geist der zerstörten Vierstadt manifestiert sich in Form einer Lanse, drücke, um zuzustechen, halte für einen Dolchall. Durch Bohrangriff, okay. Und dann haben wir das noch bekommen, den Einerbogen. Erste Sahne. Waffenkarten sind wirklich wunderbar. Wo geht's denn da lang? Das alte Verlies. Gebiet des Herzogs, Gebiet des Barons. Baron Nenes. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, obwohl da ist ja der, da können wir nicht lang. Da bleibt uns nur der Weg hier. Den gehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Und habt gute Zeit. Ciao. joyful. Bis zum nächsten Mal.